Hallo YouTube, hallo Richie, hallo Borstenmaul. Da sind wir wieder in The Forest. Hallo liebe Welt da draußen, hallo Sarah, hallo Borstenmaul. Seid gegrüßt. Hallo Sarah, hallo Richie. Seid auch gegrüßt. Richie, was hältst du vom Abspeichern einmal? Gute Idee. Wollen wir noch ein bisschen warten, bis wir schlafen gehen können? Ja, hast recht. Das dauert ja noch einen Moment. Dann speichern wir am Tag ab. Wer schubst? So, hier passt nichts mehr rein. Aha. So, wohin denn hier Waschbär? Ich muss noch ein Waschbärfeld aufhängen. Das ist Waschbär, ne? Die sind, leider sind die nicht benannt. Die sind einfach nur so da. Ja, man muss einfach mal gucken. Das ist Waschbär, genau. E. Da kann ich aber auch keins mehr beihängen. Dann mache ich so. C. Zack, da war ein gutes. Das ist aber buggy. Ich wollte essen und dann setze ich mich hin, okay? So, haben wir denn noch was Genießbares hier hängen? Na, dieser Ständer hier, der ist etwas komisch hier. Ne, dann hole ich mir lieber was auf den Boot. Haben wir auf dem Boot auch noch was? Weil hier ist, glaube ich, alles noch ein bisschen roh. Ja. So, und dann müssen wir natürlich sofort da hinterher trinken. Weil das ist ziemlich... Auch hier, das Katapult muss aufgefüllt werden. Steine sammeln. Moment, habe ich welche drin? C. Ja, nach Möglichkeit dann keine Molotow-Cocktails oder eins ganz mit Molotow-Cocktails voll machen. Oh. Oh, hey. Was denn? Hatten wir die Stocklager? Waren die nicht alle mal komplett voll? Hinter dir? Ja, wir haben aber für den Zaun wieder welche gebraucht, Ritchi. Für den Zaun? Ja, für auf den Steg. Ach so. Und für die ganzen Lampen hier teilweise. Ich dachte, das wäre beim Abspeichern irgendwie... Wo sind die Katapulte? Die sind am Steg. Am Hauptstieg. Rechts und rechts am Steg. Aber ich habe ein paar Steine. Ja, die müssen unten rein dann. Ach, da steht... Ne, das sind Lampen. Äh, hier... Wo? Ich komme, Sarah. Ach, da. Unten die Körbe müssen dann befüllt werden. Hier, nicht da. Ja, hier unten auch. Aber der eine ist hier noch nicht voll wieder. Na, der hier. Ich sehe. Köpfe und Steine, hm? Ja. Gut. Können wir dann, äh... Speichern? Oder schlafen? Jo, ich komme. Ja. Juchu. Ich bin schon mal im Bettchen. Jo, dann haben wir das Z. Ich bin auch schon in der Heier. Ach, da schreien sie nämlich schon wieder draus. Wo bleibt der Ritschi denn schon wieder zum Pennen? Bei den Pfeilen bin ich gewesen. So. Ah ja. Gut, dann lass ich essen. Speichern. Slot 2. Schlot 2. Und gespeichert jetzt auch nochmal. Trinken. Essen. Ehe. Ich tanze hier Limbo. Ich kann das Fleisch hier nicht wegnehmen. Ne, kann man nicht wegnehmen. Ist so ein Glück gebaut mit der Bank. So, und vollgefuttert bin ich. So, dann mal am Strand gucken, ob Schildkröten da sind. Sie kommen. Die Schildkröten. Sind die Körbe vorne voll mit Pfeilen? Die müssten voll sein. Ich habe gerade nochmal ordentlich aufgefüllt. Kannst du eine Seite nochmal kontrollieren. Von dir aus die linke Seite. Na komm, raus aus dem Wasser, komm. Hey. Ich wollte was essen, auf einmal setze ich mich. Ich weiß doch, haben wir alle schon. Ich komme ein bisschen später manchmal. Mit sowas um die Ecke. So, trinken. Und Körbe, wie sieht es mit den Knochen? Wir brauchen noch einen Knochenkorb hier, oder? Ja. Aber was hatten wir letztes Mal festgestellt? Knochenkörbe konnte man nicht... Knochenpfeile konnte man nicht einlagern, ne? Keine Knochenpfeile kann man einlagern. Was ist los? Man kann sie nicht vermehren, meine ich. Hallo? So, jetzt aber. Hier ist mir vorhin auch ein paar Mal passiert, dass ich daneben gehauen habe, die Blöde. Gut. Jo, was bauen wir denn für eine Falle? Von wo kommen sie denn? Ja, einfach überall hin. Genau. Hier baue ich mal irgendwas hin. Was haben wir denn? Hasenfallen. Schau du mal, ich bringe mal eben mein Fleisch weg. Uh, ich habe es geschafft. Hey. Ja, Sarah, so oft habe ich es versucht. Und du hast es tatsächlich wieder geschafft. Ja. Hätte ich nicht gedacht. So, Fallen. Hasenfalle. Ne, Hasenfallen. Molotow-Stolper-Drahtfalle. Für was ist das denn? Schwenkstoff-Stolper-Falle. Wer ran? Sprengstoff nicht ist zu... Ich renne. Sprengstoff nicht. Aber hier, Molotow ist okay. Da können wir ja immer was machen. Aber Sprengstoff ist ein bisschen zu kostbar. Schlingenfalle. Was ist denn hier für so eine Sturzfalle? Ich baue mal hier so eine Sturzfalle. Sturzfalle. Das ist die mit den vielen, vielen Spitzen da dran, oder? Was? To-Do-Liste? Find Timmy. Was? Baue dein Lager. Baue dein Lager. So, jetzt brauche ich. Baumfeld. 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 Richtung Strand. Gut. So blöd, wenn man es nicht sieht, wie du es ist. Baumfeld Richtung Strand. Baumfeld Richtung Strand, wenn ich mich nicht täusche. So kann ich das hier nicht platzieren? Baumfeld Richtung Strand. Ja, Richie. Baumfeld Richtung Strand. Ist aber schnell. Das ist mein Ding. Baumfeld Richtung Strand. Baumfeld Richtung Strand. So, die Sturzfalle ist dann fertig. Wer probiert? Baumfeld Richtung Strand. Baumfeld Richtung Strand. Baumfeld Richtung Strand. Die könnte man so ans Wasser bauen, aber wir müssen ja auch leider da gut. Oder kann man sich da nicht eingefallen. Baumfeld Richtung Strand. Baumfeld Richtung Strand. Baumfeld Richtung Strand. Wo hängt der denn rum wieder her? Baumfeld. Baumfeld Richtung Strand. Baumfeld Richtung Strand. Wo ist der denn? Da, wo keine Bäume mehr sind. Baumfeld. Ich bin tot. Baum hat mich erschlagen. Schade. Oh nein. Kann mich jemand retten? Ich fang hier gerade in den Seilen, in der Luft sozusagen. Das war zu viel für die Bäume. Ich seh dich gar nicht. Ich bin oben. Wo oben? Wo oben? Da oben. Der Baum hat mich erschlagen und ich bin irgendwie hochgeschleudert worden. Ich kann dir ja nicht helfen. Springen. Springen höher. Die Bilder will ich sehen. Ich kann nichts sehen. Ich komme hier nicht runter. Oh, Rigi. Warte mal. Schmeiß einen Stein. Ja, werfen einen Stein. Werfen einen Stein. Werfen einen Pfeil oder so. Ich habe nicht meinen Stein. Warte, ich versuche mal mit dem Pfeil um den Bogen die abzuschließen. Oh, ich war gerade so schön. Ja, genau. Ich fange den Pfeil mit meinen Zähnen. Ich schaffe das. Mit dem Augenlid fange ich. Warte, wenn ich von oben versuche, dich da runter? Bestimmt klappt das. Wenn ich hochkommen will. Wie viel Zeit hast du noch? Es steht mir zu stehen. Es steht dir zu stehen, oh Gott. Schade, ich war gerade so schön dabei. Bitchi. Oh je. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Schade. Ja, dann starte ich am Flugzeug, oder? Je früher umso besser. Warte, 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 warte. Muss ich so weit hier hochlaufen? Nein. Ich hänge doch hier in der Luft. Das sehe ich doch. Ja, ich weiß. Vielleicht kriege ich dich von hier oben. War jetzt nicht schlapp hier. Lauf mal. Haar-Ansatz. Drei. Zwei. Und ich bin... Nein, ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. Oh je. Leider. Ich habe es gerade geschafft. Ich bin sicher raus. Oh je. Es brengst doch, ey. Ach, dann baue ich hier ein bisschen weiter. Hier ist gar nichts. Und ich bin so am Ende. Warum nur? Hey, keine Axt, kein nichts. Wir haben alles hier aufgefuttert, was hier war. Mhm. Oh. Ja, und nun? Komme ich ganz langsam zu euch, weil ich eine Strafe bekommen habe, wahrscheinlich. Habe ich dann eine schöne Bäume-Schneise hinterlassen? Ja. Ich habe versucht, die alle Richtung Strand... Richtung Strand fallen zu lassen. Oh, ich bin so am Ende. Wo gab es denn hier was für mich? Soll ich... Sollen wir dir entgegenkommen? Nein, 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 nein. Ich schaffe das schon. Nee, nee. Oh, Moment mal. Warum ist denn da? Warum will ich denn hier lang gehen? Da kommen wir doch immer am Voraus. Genau, wir haben ja jetzt hier gebaut. Viel kürzer ist doch der Weg. Aha. Ja, dann. Vielleicht kann ich mir einen Fisch hauen. Also, zwei Fallen sind gleich fertig. Deine, Sarah und meine. Okay, ich bringe noch Holz. Ja. Ja, was habt ihr für schöne... Was für Fallen habt ihr denn gebaut? Ja, kannst du gleich mal testen. Ja, deswegen, deswegen frage ich ja schon. Ganz tolles Dingern. Ich habe schon getestet. Ich war praktisch tot, als ich da durchgelaufen bin. Also, sehr vorsichtig sein, bitte. Aha. Also, jetzt haben wir hier mal endlich bei uns einen Hasen gefangen und ich kann den nicht packen. Also, ihr habt eine Schlingenfalle und das andere war diese mit den Spießen, ja? Nee, eine Erschlagfalle irgendwie so. Oh, ist das so was Gutes? Ja, baut ruhig ein paar mehr Fallen hin, ruhig. Von mir aus, wenn ihr wollt. Ja, wir wollen ja sowieso die Fallen mal alle ausprobiert haben. Stock und Stein. Ich brauche gar nichts einzusammeln. Ich muss nur irgendwie zu euch. So, was gibt es denn noch für Fallen? Steinschwungfalle? Sturzfalle? Die Sturzfalle habe ich gerade gebaut. Sollen wir die Steinschwungfalle auch mal? Ja, klar. Könnt ihr das eigentlich sehen? Ich habe da schon mal so eine Blattfalle aufgebaut, aber irgendwie funktioniert die nicht. Könnt ihr gar nicht sehen, oder? Ja, also ich bin auch dafür, Sarah. Eine, was sagtest du, Steinschwungfalle? Hört sich interessant an. Ja, aber geht ja gar nicht. Warum? Ich weiß nicht, ich kann die nicht bauen. Am Baum vielleicht. An welchem Baum? Ja, die geht schon mal nicht. Okay. Äh, Schlingfalle. Sturzfalle haben wir. Schlingfalle können wir noch bauen. Hört sich, ja, hört sich gut an. Ähm, wenn es geht, die Schlingfalle so ein bisschen näher am Steg dran, denn wenn die da rumhängen... Da ist schon was anderes vorm Steg. Ach so. Oh, oh, aber so, dass man noch rüberkommt, oder? Ja. Ja, man kann nebenher gehen. Ja, ja. Sarah, geh du doch mal hier drunter her. Hier drunter? Nein, lass es. Also, das ist eine Schlingfalle, ne? Da brauchst du nur gegenstoßen und du hast das Grips hinter dir. So in der Nähe vom... Ja? Nee, alles gut. Also, in der Nähe vom Steg, weil bei der Schlingfalle muss man schnell sein, sonst befreien die Kannibalen ihre Kumpels da wieder raus. Was fehlt denn noch? Seile? Seile. Ach, ihr habt das Planinchen gekriegt. Also, unten rein. Wieso habe ich keine Seile mehr? Ich habe doch ein Seil. Boast mal, hast du vielleicht noch ein Seil? Ja, ich komme. Kleinen Moment, ich muss nur eben das Kaninchen einlagern. C. So, die können sich dann auch vermehren. Ich eier hier rum. Ei, wo ist sie denn? Hier, da, bei der Falle hier. Bei welcher? Die hier. Ach, da. Ach, jetzt sehe ich die Blätterfalle. Musst du anmachen mit Feuer, hm? Mit Schie. Nee, aha. Und genau daneben habe ich jetzt die Schlingfalle. Aha. So, die ist auch fertig. Warte, ich mache mal aus. Ach, die Blätterfalle muss angezündet werden, genau. Was ist passiert? Ich bin gar nicht tot. Hängst du denn? Nee, auch nicht. Nee, auch nicht. Ja. Und jetzt? Ich weiß auch nicht. Ich finde es wieder Seil. Im Singleplayer muss ich die auch ständig reparieren und... Jetzt repariert. Ständig reparieren und irgendwie... Was höre ich denn da ständig? Kommen die? Ich weiß nicht. Sind die hinter mir? Ich habe doch gerade irgendwas gehört. Oder pfeifen meine Lungen heute so. Richie, bist du da durchgelaufen? Ja, mir ist aber nichts passiert. Was ist denn hier gigantisches alles? Oh! Hey, das war laut. Ich wollte mir das angucken. Jetzt ist eigentlich diese Falle gelaufen hier. Wo ist er denn jetzt? Also die scheint gut zu sein hier. Wo denn? Ach da. Aber ich... Kann ich... Kann ich dich denn das wiederbeleben? Ja. Da habe ich vor Schreck gleich hier meine Baumstämme fallen lassen. Also die kann was hier. Wir dürfen keine Fallen bauen. Davon müssen wir mehr bauen von dieser hier. Und die? Die funktioniert nicht, sagt ihr? Nein, die funktioniert nicht. Die ist für Rehe. Erstmal alles wieder reparieren hier. Vielleicht für Rehe nur. E, reparieren. Also die... Die ist prima hier. Dann reißen wir die wieder ein, oder? Das sieht gefährlich aus. Ja, die ist vielleicht für Rehe. Ich weiß nicht. Irgendwie bei mir zu Hause... Also bei mir zu Hause. Im Singleplayer... Oh, da kamen hier sogar Stämme raus. Also im Singleplayer bringt die nichts. Dann bauen wir doch lieber noch hier so eine. Ha, Richi? Die große da, die gefällt mir. Die kann was. Die Sturzfalle. Das ist die Sturzfalle, genau. Also die mit den Stacheln hat ja auch nichts gebracht, irgendwie. Vielleicht muss man die von beiden Seiten bauen. Da habe ich sie falsch gebaut. Ja. Und das Lagerfeuer. Hasen, aber... Ach, hier. Ich muss essen. Ich auch gleich. Da noch ein bisschen was Angegammeltes. Jo. Moment. Frisch, frisch. Oh, schade. Ach, warum nur? So. Hier. Aber ich glaube, das muss erst hocken. Alles gut. Ach, da brauche ich kleine Stücke. Ach, das ist immer noch frisch, deswegen kann ich es nicht essen. So. Na ja, gut, dann hauen wir uns erstmal ein Riegel rein. Warum bin ich blutüberströmt? Ach so, ich kann keine mehr nehmen. Sag das doch. Ach so, da fehlt noch was. Dann bauen wir die doch mal eben zu Ende, da. Stückchen. Komm. Et voilà. Ach, fertig. Ach, hier ist wieder was in die Falle gegangen. Was ist denn hier schon wieder reingegangen? Ach. Ja, ich bin doof. Ich habe die Falle falsch. Die funktioniert. Man muss von der anderen Seite da über das Stöckchen da laufen. Dann kriegt man die Stachel ins Gesicht. Aha, und da bist du falsch rumgelaufen. Äh, hast du falsch rum aufgebaut. Nee, ich habe falsch rumgelaufen gebaut. Ja, dann hüpfen die ja mal ab und zu ins Wasser und kommen aus dem Wasser wieder raus. Ach so, ja, dann lassen wir es so. Gut. Schillkröten. Es ist hier dunkel, ne? Ja, jetzt wollte ich die ganzen Stämme hier noch einsammeln. Sonst sind die nämlich weg nächstens. Aber ich finde den zweiten Wagen nicht, wisst ihr, wo der ist? Einer ist hier unten. Aha. Komm, Schildi. Am Strand also. Oho. Ah, ja. Gut. Dann können wir das ja so machen. Das ist vielleicht effektiv. Ich schiebe den vollen Karren dorthin. Schnapp mir den leeren. Lade weiter auf. Und er ladet in der Zeit den vollen ab. Und so weiter. Wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Also zwei Stämme, was war das? Warum ist der jetzt stehen geblieben? Zwei Stämme. Warum bleibt der? Ach so. Nur ein Wagen ist da oben an den Hafenkäfigen. Aha. Zwei Stämme bräuchten wir auf der Insel, um da noch ein Sprengstofflager fertig zu bauen. Eins extra für Molotow-Cocktails, habe ich da so gedacht. Das Lager ist voll. Ja, da ist noch ein, äh, da ist, das Lager ist voll. Ich wollte sagen, für Sprengstoff brauchen wir noch zwei Stämme wenigstens. Das wird zu dunkel. Ich kann nichts mehr sehen. So gut. Ein bisschen noch, aber. Die ganzen Stämme. Ja, die gehen aber, glaube ich, nicht verloren. Ach doch, nach dem Neuladen, ne? Ja, genau. Ja, ja. Hast du recht. Die Boston-Moll-Falle. Ja, es wird ganz schön dunkel. Ja, ich, es hat auch keinen Sinn, ich komme mal zurück. Wäre ja jetzt schön, wenn mal so ein paar, äh, Viecher kommen würden jetzt. Ach, die kommen jetzt nicht mehr. Dass wir das jetzt mal, äh, äh, sehen könnten. Gut. Es ist auch langsam Zeit. Ja. Ein Wahnsinnssprung mit zwei Stämmen. Wahnsinn. Leider krieg ich die zwei Stämme nicht. Na, da kann Ritchie jetzt gleich drüber springen. Wo ist denn Ritchie? Mach ein bisschen Licht, damit für die Fallen auch nachts sehen, wenn die kommen. Oh, mir wird kalt. Ich muss zum Lagerfeuer. Ja, ich mach's an. Ich komme. Oh, wo sind die Stämme? Ah, hier drüben. Ah, drübene Stämme. Gut. Ich glaube, da brauchen wir nur einen, oder? Sehr schön. Schön, schön, schön. Oh, Mann. Noch eine kalte Nacht, da haben wir es Kopf hinter mir. Mein Gott, nochmal. So belegt die Stimme heute. Oh, schläfst du im Freien? Nö. Irgendwie weiß ich auch nicht. Angst, Schwäche, mangelnde Selbstbeherrschung. Aha. Ach, der nimmt auf einmal jetzt freiwillig das Feuerzeug in die Hand, wenn ich einen Molotow-Cocktail nehme. Mhm. Das hat er doch vorher nie gemacht hier. So. Weg ist das Feuerzeug auch weg. So, wir haben jetzt da so ein Molotow-Cocktail-Lager auch noch zusätzlich. Ach, geschafft. Oder? Gehen wir in die Hüte zum Abspeichern und Abschieden? Ja. Genau. Wo fehlt denn jetzt? Ach, in der Höhle fehlt ein Schädel. Ich verstehe, ja. So, einmal, speichern erst. Schlafen geht nicht. Nee, schlafen geht noch nicht, also speichern einmal. Ihr seid blutig, alle. Also, ich fühl mich nicht blutig, aber du siehst blutig aus, Ritchi. Ihr seht alle blutig aus. Aber ich hab Füße. Und Bosmol auch. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Kommentare, Tipps und Tricks. Vielen Dank dafür. Ja, ihr Lieben, macht's alle gut. Schönen Dank fürs Zusehen. Däumchen hoch für euch. Däumchen hoch für uns. Und wir sagen Tschüss und sind raus. Bis demnächst wieder. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.